Höhere Zinsen sind in Europa und der Schweiz auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Weder bei den Leitzinsen noch bei den längerfristigen Zinsen. Dies schreibt mein heutiger Gast Patrick Heffley, Fondsmanager Obligationen St. Galler Kantonalbank in seinem aktuellen Anlagekommentar. Aber was bedeutet das für Sie als Obligationenanleger? Ich begrüsse Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im Oktober 2020. Patrick Heffley, die Zinsen sinken jetzt seit 30 Jahren. Geht das so weiter? Oder in anderen Worten gefragt, werden Sie in Ihrer beruflichen Karriere je überhaupt noch höhere Zinsen sehen? Dass ich nochmals höhere Zinsen sehen werde, daran glaube ich ganz fest. Ja, ich habe ja auch noch etwa 25 Jahre Zeit. Ob wir aber nochmals so hohe Zinsen sehen werden, wie teilweise in den 80er oder 90er Jahren, das wage ich eher zu bezweifeln. Aber wird es zuerst noch tiefere Zinsen geben? Sag niemals nie, ist sicherlich etwas, was wir die letzten Jahre auch gelernt haben. Aber nein, ich glaube nicht daran, dass wir tiefere Zinsen noch sehen werden. Es macht ökonomisch keinen Sinn, die Zinsen noch weiter zu senken. Man sieht ja auch bei den Notenbanken, dass sie sich viel mehr auf Anleihenkaufprogramme oder eben Devisenmarktinterventionen fokussieren. Was bräuchte es denn jetzt aber, damit die Zinsen nachhaltig steigen? Einerseits bräuchte es wieder eine gute, florierende Wirtschaft, wie wir das eigentlich in den letzten Jahren schon hatten. Zusätzlich braucht es aber noch eine Inflationsrate, die nachhaltig bei 2% oder sogar über 2% liegen würde. Sie haben das Thema Inflation angesprochen. Die US-Notenbank hat vor einigen Wochen Schlagzeilen gemacht, indem sie gesagt hat, dass sie höhere Inflationsraten als die angestrebten 2% zulassen würde. Auch die EZB, die Europäische Zentralbank, hat gesagt, dass sie ein Überschießen der Inflation zulassen würde. Wie soll ich mir jetzt diese Änderung in der Politik genau vorstellen? Für die Notenbanken ist vor allem wichtig, dass sie in der Ausgestaltung ihrer Geldpolitik noch etwas mehr Flexibilität haben als bis anhin. Das heisst, sie möchten verhindern, dass sie, nur weil die Inflationsrate jetzt bei 2% liegt, dass sie ihre Leitzinsen anheben müssen, sondern sie möchten gerne noch etwas länger mit tiefen Leitzinsen weiterfahren, auch wenn die Inflation ansteigt. Und wie wirkt sich diese Änderung der Politik auf die Schweiz aus? Wenn natürlich die Europäische Zentralbank oder auch die US-Notenbank FED länger zuwartet mit einer Zinseröbung, dann muss zwangsweise auch die Schweizerische Nationalbank länger zuwarten. Wir werden also doch noch längere Zeit Negativzinsen haben in der Schweiz. Die Inflation war in den letzten Jahren weltweit oder zumindest in den westlichen Ländern jeweils weit weg von den 2%. In der Schweiz ist die Inflation gar im Moment bei rund minus 1%. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in den nächsten Jahren die Inflation auf 2% oder darüber steigt? Das ist eine gute Frage und ist auch ein Rätsel, das derzeit viele Notenbänker und Ökonomen zu lösen versuchen, weshalb die Inflation überhaupt so tief ist. Ich glaube aber schon, dass wir wieder höhere Inflationsraten sehen werden, sobald es wirtschaftlich wieder aufwärts geht. Ich glaube aber, bis wir 2% oder sogar höhere Inflationsraten sehen werden, dauert es sicher noch 3 bis 5 Jahre. Seit dem Höhepunkt der aktuellen Krise im März diesen Jahres haben sich die Anleihenmärkte wieder stark erholt. Aus der Ferne sehen sie eigentlich genauso aus wie Anfang Jahr. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist richtig. Wenn man die Anleihenmärkte an sich anschaut, dann sieht es wirklich wieder fast so aus wie vor der Krise. Wenn wir aber einzelne Unternehmen anschauen, dann zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Wir haben einerseits Sektoren, die sehr stark von der Krise betroffen wurden, andererseits gibt es aber auch Unternehmen, die mit sehr wenig Polster in diese Krise geraten sind und die jetzt wirklich grosse Probleme haben. Positive Renditen finden sich fast nur noch in Schwellenländeranleihen. Wie würden Sie hier investieren? Grundsätzlich würde ich mich auch von diesem tiefen Zinsniveau nicht dazu verführen lassen, jetzt noch mehr Risiken bei den Anleihen einzugehen. Wenn man jedoch etwas Schwellenländeranleihen ins Portfolio beimischen möchte, gilt es für mich vor allem 2 Dinge zu beachten. Erstens, man soll das Währungsrisiko von diesen Schwellenländerwährungen vermeiden, heisst in US-Dollar- oder Euro-Anleihen investieren. Und sicherlich auch wichtig ist die Diversifikation. Bei diesen Schwellenländeranleihen gibt es doch viele Stolpersteine, die man beachten muss. Und entsprechend soll man das nur über ein Fondsgefäss machen. Weltweit steigt das Angebot der hochverzinslichen Anleihen, der sogenannten High-Yield-Bonds. Gibt es hier Sektoren oder Bereiche, die Sie interessant finden? Wir schauen uns die Hochzinsanleihen natürlich sehr genau an. Aktuell finde ich aber, dass diese doch weltweit relativ teuer sind. Entsprechend wäre ich hier eher vorsichtig. Ich gehe davon aus, dass die Firmenkonkurse über die nächsten zwei Jahre noch weiter zunehmen werden und dass auch die Kredit-Ausfall- oder die Kreditrisikoprämien hier doch wieder etwas höher werden in nächster Zeit. Auch in der Schweiz gibt es hochverzinsliche Anleihen, die positive Renditen bieten, oft auch von durchaus bekannten Namen. So gibt es beispielsweise eine Anleihe von Implenia, die 2026 ausläuft und einen Coupon von 2,5% hat. Ist das etwas, was Sie sich näher anschauen? Für die Schweiz gilt für mich das Gleiche. Für mich sind auch High-Yield-Anleihen in der Schweiz relativ teuer. Das heisst, Sie rentieren zu wenig für das Risiko, das ich wirklich eingehe. Man soll sich auch nicht vom bekannten Namen Implenia täuschen lassen. Sie haben vor kurzer Zeit Ihr wertvolles Immobilienportfolio abgespaltet und damit dann Substanz verloren. Und Sie sind nicht mehr vergleichbar mit dieser Firma, wie Sie früher einmal waren. Wir können sicher ohne Übertreibung sagen, dass das Anlagejahr 2020 ein besonderes war, auch für Obligationenanleger. Müssen Sie jetzt deswegen im Laufendenjahr Ihre Anlagestrategie oder Ihren Anlagestil anpassen? Nein, die Anlagestrategie hat sich auch während der Krise sehr, sehr gut bewährt. Es gab zwischendurch Obligationen, die von den Preisen her etwas tiefer notiert haben. Die haben sich aber mittlerweile wieder sehr gut erholt. Zudem gab es viele Opportunitäten, die man auch nutzen konnte und in die man gut und relativ günstig investieren konnte. Patrick Heverli, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Grazie. Muziek 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 Muziek